neues video gestartet ich frage nicht noch mal die hilfe ich gucke jetzt selbst nach man von mir ist nämlich heute fünf videos a 15 minuten auf das ist mir egal mensch ich will es durch haben ich will nicht ich will in dezember was im ersten dezember wochenende am 2. dezember will ich mit diesen hochklassigen levels anfangen und ich muss jetzt auch mal hier jetzt das motiviert mich sonst nicht wisst ihr das motiviert mich sonst nicht so was ist jetzt wenn ich jetzt drei macht dann mache ich mal so und dann manchmal so einfach ne leute ich muss noch mal fragen auch wenn ich gar nicht will acht minuten für dieses level jetzt hier für das letzte level jetzt die zehn minuten das zweite level es geht ja schon wieder gut los hier mit meiner dummheit draußen herrscht hier schnell ich liebe es ja was hast du dann gemacht sag es mir doch bitte einfach dann hat er so gemacht ja die macht sind also nach links geschoben ja komm ich drücke immer zu viel ich ticke noch aus könnt ihr euch doch an die videos von damals hängen wo ich wirklich ausgetickt und wo ich ja kein bock mehr habe das will ich hier nicht wiederholen ich musste immer mehrfach dann das video abbrechen so also so denn so ja jetzt aufpassen was ich drücke ja ich bin so doof ich habe den magneten nicht gesetzt ich bin so ein trottel ich frage mich warum habe ich den magneten jetzt noch übrig gehabt man jetzt darf ich das nochmal tun nein ich schneide nicht ich schneide nicht ich setze mich durch okay mann 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 ach ich bin müde so aber ich brauche ich jetzt eigentlich den eis allerdings hä wie jetzt verstehe ich nichts leute ich will nicht mehr ich gucke jetzt mehr das ende durch ey ich hasse das langsam so gibt es mir keine motivation auf die hartnäckigen levels mann mann ja ja ok macht sinn ja ja ich habe es wieder mal nicht ge ich habe es wieder mal nicht gecheatet ich bin doof ich bin doof ich bin doof leute ihr könnt es ruhig sagen in die kommentare ich bin doof für das spiel mann letztes mal sonst brech ich ab sonst brech ich ab irgendwo muss ja auch die eiskanone sein sonst ist ja nicht da boah mann nach dem level haben wir immer noch 8 level und wir haben schon wir sind schon mitten im zweiten video drin ey das geht nicht wir müssen schneller fertig werden wir müssen ohne hilfe vorankommen habe ich eigentlich gedacht aber das ist bei meiner dummheit einfach nicht möglich und ich bin wieder so doof und hab den margeneten nicht gesetzt sorry dass ich jetzt so laut war jetzt hab ich den sogar falsch jetzt hab ich den sogar falsch gesetzt ich vollidiot mann ich bin doch so oh mann leute warum tue ich mir das an ich brauch einen schluck mann bevor ich so magneten habe ich gesetzt habe ich jetzt habe ich keinen scheiß bauen ja ich bin gerade auf 180 leute ich habe eine harte woche wieder hinter mir gehabt da bin ich mir jetzt nicht ein hartes blödes wochenmagnet mach keinen scheiß bitte so jetzt komm mach jetzt bitte das ding zu ende bitte machs jetzt zu ende ja ich würd gern gleich übersetzen können was das heißt es wird nicht besser also ist sie schon sechs videos sind heute da ich mach jetzt einfach mal das weiß nicht ob das schlau war ja das war gar nicht schlau ach komm ja 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 ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß Ich weiß, ich weiß Ich Weiß Wozu brauche ich das Ding eigentlich? Das checke ich jetzt gerade Überhaupt nicht Aber egal Ich checke ja das Level überhaupt nicht Ja Ja und dann Was muss ich dann machen? Ich checke ab gar nichts Ja Jetzt hänge ich fest Geil Nein, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr Ich will jetzt schneller fertig werden Ich weiß nicht, ob ich jetzt tausendmal Hilfe brauche oder nicht Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll Das ist mir zu kompliziert Das ist mir zu kompliziert Was soll das? Was soll der Grütz? Was soll das? Wie soll ich mir das merken? Oh Wie soll ich mir das merken? Oh Wie soll ich mir das merken? Ja dann Kannst du es mir bitte nochmal sagen? Du komische Hilfe So Gott Ich muss doch nochmal gucken in der Eile Ich werde noch laut Ich werde laut wie ein Tier Ich sag's euch wie es ist Ja Ja geil Widerrichtungsfehler Kommt auch noch oben drauf Ich liebe dieses Spiel Nicht mehr Ja Links muss ich drücken, Mann Ich voll idiotischer Ich mag das Spiel nicht mehr, Leute Ich mag es nicht mehr So hoch Links Und dann Ja jetzt ist es ja egal So So Und dann Bums Der eine fällt runter Der andere fällt nach da Hände könnte man schütteln 1 2 3 4 6 7 Noch 7 Was ist das denn schon wieder? Was ist das denn? Leute Oh Ich hätte schon keinen Bock mehr Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache, Leute Ich weiß es nicht, ob ich es richtig mache Nein, Leute Ich habe keinen Bock Ich frage jetzt schon nach Es ist mir egal, ob ihr das für Joe schummelt oder nicht Ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß mehr Was soll ich da noch? Okay Irgendwie muss man es ja richtig machen Okay Okay Ja Ich mag dieses Geräusche irgendwie, wenn der Magnet am Schalter hängt und den damit nicht öffnen kann Das finde ich schon nett Ja Und wozu waren jetzt die Fairmedie nun gut? Ach, das Level gilt auch so als selbst gemacht Nein, das will ich aber nicht Ups, wo bin ich denn jetzt hin? Ach, das Level gilt auch so als selbst gemacht Das habe ich jetzt auch gar nicht gecheckt Aber ich will es ja auch einmal selbst versuchen Ja, da kann ich auch die ganze Zeit vor mir für mich selbst machen Das wäre Das wäre Das, da gebe ich euch dann recht, Leute Das wäre geschummelt Das wäre sowas von geschummelt von mir Ja, aber jetzt muss ich hier schon wieder Leute, wartet mal Ich muss nochmal kurz den Anfang abspielen Okay, er hat es zuerst so gemacht Gut Aber das wäre echt geschummelt von mir Wenn ich jetzt alle restlichen Levels so laufen lasse Ich habe gedacht, es geht nicht Ich dachte, es wird nicht gehen Es wird, äh Dann müsste ich es ja selber überhaupt versuchen Das ist ja nur die Ähm Ja, quasi die Die Erklärung des Levels, wie man es macht Äh Leute, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt Auch so gilt es als erledigt Aber das will ich nicht Auch so gilt es als erledigt Aber das will ich nicht machen Das ist, nein Das will ich nicht tun Das will, das will ich nicht machen Nein Nein, nein, nein Äh Äh Nein Nein, machen wir neu Aber wozu waren jetzt die Fairmedia Nun da Sind die jetzt Kann es sein, dass sie vielleicht da gewesen sind Falls man irgendwie einen Fehler macht mit den Magneten Kann es das sein? Ich weiß es nicht Ja, 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 ja Ja, okay Das heißt Erstmal so Dann erst so Ja Nein Was war zu laut Das war zu laut gerade Das war ein Verzweiflungshilferuf von mir Habt ihr es gehört? Nein Leute Was ist das für ein So Okay 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 So ist es richtig Ja, 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 ja So ist es richtig So ist es richtig So ist es richtig Aber Leute Echt die Ich hab ja Ich hab ja erst spät gesehen Dass es auch überhaupt eine Möglichkeit gibt Ähm Level zu erklären Beziehungsweise Ich hab's Ähm Es gibt die Möglichkeit Aber ich hab's halt noch nie angewendet vorher Ja Weil es auch bei den ersten zwei Sachen Gar nicht notwendig gewesen ist Ja Drei Okay Sollen wir jetzt mal aus Spaß Einfach mal was machen Es fällt ja eh nicht auf mich ab Von daher So Amazing Performance Ja, nee Nur weil es vorhin Selber erklärt wurde Ey Das ist doch Quatsch